Herzlich Willkommen zurück zu Assassin's Creed Rogue, unserem Abenteurer. Und es geht weiter, wo wir jetzt mal stehen geblieben sind mit unserer Mission Fiat Lux. William Johnson bat uns, euch das zu geben. Ah, danke, aber ich fürchte, ich muss das Experiment verschieben. Verschieben? Warum? Die Armee hat meine Blitzableiter konfisziert. Leider sind sie unerlässlich, um Elektrizität in diese Schatulle zu leiten. Master Johnson würde Verzug nicht gutheißen. Vielleicht könntet ihr ja etwas tun. Die Soldaten schleppen hier ständig Dinge fort. Vielleicht könnt ihr sie fragen, wo meine Blitzableiter sind und sie mir zurückbringen. Steht zu diensten, Sir. Beginnt eure Nachforschung am Markt bei den Docks. Ich helfe hier bei den Vorbereitungen. Ja, jetzt sollen wir mal die beschlagnahmen Waren finden. Ich kann meine Forschung kaum noch durchführen. Und wir sollen uns nicht entdecken lassen. Hm, da ist die Truhe. War schon auf der Suche nach ihr. Blündern. Und der bessere Pfeil. Schlafpfeil kann nun hergestellt werden. Schöne Dinge. Shay verfügt über spezielle akrobatische Fähigkeiten, die ihm erlauben, überall hinzugelangen. Zum freien Umherlaufen halten sie RT und benutzen sie L. Shay wird dann automatisch klettern und springen, wenn möglich. Wenn sie das Alblau auch benutzen, können sie bis zu 10 Gegner oder Tiere markieren, indem sie einfach ansehen. Wenn sie markiert sind, können sie sich die Gegebenen sogar durch. Am Ende hin, wenn sie durchsehen, selbst ohne Ablauf, eh ja, weiß ich. Oh, ist jetzt Regen ein. Schön markiert. Sehr gut. Dann sollen wir uns beschaffen. Wahrscheinlich wird er da rechts drüber laufen. Sieht schon so passend danach aus. Irgendwann ist er super sicher. Bleibt stehen. Okay. Hat er jetzt Geleitschutz oder wie? Nee, doch nicht. Dacht schon. Alles ist gut. Ganz ruhig bleiben. Direkt hinter der Wache vorbei. Und nach oben. Oh, da hinten ist einer. Pfeile. Pfeile. Schlafpfeile. Schlaf, mein Großer. Und leider muss ich dich erledigen. Plündern. Keine Zeit. Auf geht's. Rüber. Hinterher. Da kann ich rein. Und zack. Durchbleiben. Die Blitzableiter erbeuten. Das kann ja was werden. Das kann ja was werden. Na, komm her. Komm her. Zack. Hab ich dich. Und ich plündere dich auch gleich mal. Hinten ist keiner mehr. Gerade schaut keiner her. Komm schon. Komm schon. Alles ist in Ordnung. Hier bin ich. Zack. Und auch den plündern wir. Alles ist gut. Alles ist gut. Zack. Für mich ist alles gut. Da haben wir einen. Da oben. Äh. Es sind echt viele. Ich den da oben erwische. Ja. Der wird umkippen. Und nach vorne runterkippen. Hoffe ich. Hoffe ich. Der kann so nicht liegen. Geht doch. Zack. Oh, die wissen natürlich, dass jetzt was nicht stimmt. Aber sie wissen nicht woher. Oh, ganz ruhig. Rein. Und plündern. Ich frage mich, was Master Franklin mit den Stangen vorhat. So. Und jetzt soll ich ihn kommen. Ganz ruhig hier außen entlang. Da kommt leider einer. Da hinten ist auch einer unterwegs. Den erledige ich kurz. Leider zur falschen Zeit am falschen Ort. Und weiter. Hinten rum. Alles ist gut, Jungs. Alles ist gut. Niemand entdeckt mich. Oh, ich verziehe mich dann mal von hier. Bin außerhalb. Bin außerhalb. Alles ist gut. Da muss ich mal einen gescheiten Weg finden. Ist alles nicht so geil hier. Soll ich die beiden einfach niedermetzeln? Ach komm, ja. Und weiter geht's. Endlich aus dem Sperrgebiet raus. So. Up geht's. Zu Benjamin Franklin zurück. Da haben wir ihn ja. Die bereiten schon alles vor. Vorteil dann! Schnell! Helfen wir mit dem Stangen! Wird es funktionieren? Wow. Wo ist das? Portugal. Lissabon, da bin ich mir sicher. Macht euch hinfort, Shay. Die Miliz trifft jede Minute ein. Sie werden Fragen stellen. Was ist mit euch? Ich bin bloß eine Hausfrau. Richtig. Mission abgeschlossen. Nicht schwimmen, davon habe ich ehrlich gesagt nichts gesehen. Nur näher. So, wo ist denn unsere nächste Mission? Da haben wir sie. Heißt, hier anlegen. Schnellreise funktioniert. Toll, muss ich gar nicht fahren. So, das heißt, da oben beginnt also unsere nächste Mission. Na, wenn du uns schon erwartet, dann besuchen wir ihn doch. Na, da wollte ich nicht rein. Da wollte ich auch. Ja, ja, ja. Nö, nö. Ich habe es eilig. Ich hätte auch einen besseren Weg nehmen können. Ich mag gerade nicht reden. Wie geht der selbst mal da unten, oder wie? Oh, Gimmelsgottesinn. Kairi, er leisam. Lissabon ist so groß wie London oder Paris. Seid ihr sicher, dass ihr den Ort findet? Keine große Sache, Hope. Es ist ein Kloster, in der Nähe des Hafens. Ich habe die Schwestern schon ein, zweimal besucht. In Anbetracht eurer Ortskenntnisse fällt euch diese wichtige Aufgabe zu. Ihr wisst, was in Lissabon zu tun ist? Zum alten Tempel gehen und dort den Edensplitter holen. Für die Überfahrt ist alles arrangiert. Habt keine Sorgen. Die Morrigan bleibt sicher in New York. Danke. Liam und ich brechen so gleich auf. Liam ist im Augenblick nicht abkömmlich. Chef und Crew warten. Gebt gut Acht, Jay. Eben, Splitter sind mächtige Relikte. Okay. Ah, Konterhinweis. Alles klar, kennen wir schon. Und auf geht's nach Lissabon. Oh. Lissabon, Portugal. November 1755. Jetzt bin ich doch mal sehr gespannt. Die Regionen, die man hier in Rogue kommt, sind echt sehr unterschiedlich. Finde ich toll. Den Vorläufer-Tempel aufschließen. Ey, 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 ey. Was kommt denn jetzt? Ich glaube, es kommt vor allen Dingen da hochklettern. Da hab ich doch was gesehen. Und von oben sieht man meistens etwas besser. Im Kloster entlang klettern. Dass die da nichts dagegen haben. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Interagieren. Erde aufgeschlossen. Hm, es gibt dazu mehrere Teile hier. Vier Stück, um es genauer zu sagen. Hm, halt dich fest, Junge. Hm. Da haben wir den nächsten. Und zack. Interagieren. Winde aufgeschlossen. Zwei von vier haben wir. Dass das keinen stört, dass ich hier oben rumkletter. Und da habe ich bessere Chancen, da rüber zu kommen. Komm, halt dich fest. Genau. Und wieder interagieren. Feuer oder Wasser jetzt? Feuer. Feuer. Da oben haben wir das Letzte. Nein. Oh, Himmelsberg. Ich glaube, jetzt geht es mit dem Aufstieg in die zweite Runde. Ah, habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt. Na gut, muss sein. Ja. Ja. Die Frage ist jetzt für mich halt, wie komme ich auf diese Querbalken? Oder muss ich da überhaupt drauf? Weil ich muss da hoch. Bedeutung, querbalken, querbalken. Eigentlich perfekt angeordnet. Oje, oje, oje. Oje. Da muss ich nachher wahrscheinlich aufmachen. so kommt man hin und den letzten ist jetzt wasser sein genau dann müssen wir wieder runter diesmal über die kirchwerden da haben wir doch vorhin den sprung gemacht nach unten und schon sind wir unten schnelle art und weise jetzt geht's abwärts das muss es sein die vorläufer städte das artefakt beschaffen das hat sie mal in sich ok sehr logisch dann gib mal her das gute ding ganz vorsichtig oh 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 verdammt oh verdammt ich glaube wir dürfen jetzt gleich ein bisschen meilen ja ein bisschen arg beeilen oh man das ist anders als geplant raus hier Leute begebt euch in Sicherheit kommt schon nicht nur ich muss flüchten auch die armen Leute die können doch nichts dafür oh man oh man oh man da zerbricht die ganze Kirche zerbricht und nicht nur die Kirche es legt die halbe Stadt in Schutt und Asche ei 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 komm wieder hoch nein nein wir kommen hier durch oh man Lissabon wir legen gerade die ganze Stadt in Schutt und Asche oh verdammt wie ist das passiert habe ich jetzt ehrlich gesagt so nicht kommen sehen Schiehiet das zweite versuch lief doch alles so gut so und jetzt genauso wie vorhin wieder dann nach oben passt doch alles warum es gerade nicht geklappt hat es mir ein Rätsel naja zweiter versuch eben oh man es tut mir so leid dass ich die ganze Stadt hier in Schutt und Asche lege oh beeil dich Shay beeil dich oh verdammt oh verdammt oh verdammt oh verdammt oh verdammt die armen Menschen die fühlen mich fast schon schuldig nur weil ich das Artefakt haben wollte aber woher soll ich denn wissen dass sowas passiert hier ist los Shay los oh verdammt oh scheiße oh Shay lauf Shay lauf ab nach oben oh die ganze Erde bebt es brennt alles hier können wir drüber unglaublich oh scheiße das Haus nein verdammt boah alter Schwede ich muss hier weg komm Tatsan mäßig egal wie Hauptsache weg ab nach oben komm schon komm schon komm schon komm schon lauf da hinten können wir wieder hoch ab nach oben es bebt immer stärker und überall brennt es die armen Menschen die sollen hier weg aber die wissen natürlich auch nicht wohin und nicht jeder hat die Fähigkeiten die wir haben auf ins Wasser da sind wir relativ sicher wie konnte Gott ihm das nur antun Gott hat nichts damit zu tun oh man Lissabon in Schutt und Asche gelegt oh man welche Stadt soll ich als nächstes auslöschen es passierte auf Haiti es passierte in Portugal ein riesiges Erdbeben tausende Tote dank eures verdammten Manuskript das kann nicht sein Shane kein Mensch kann Erdbeben auslösen ein Mensch mit diesen Maschinen der Vorläufer kann es doch ihr kennt die Schatulle Hope der Tempel war zum Bersten voll mit dieser Art von Kraft ihr habt mich unschuldig erwarten lassen wie könnt ihr nur ihr verteidigt ihn Achilles sandte mich dorthin wie Magondal seinen Mann nach Haiti was ist denn hier los hört sofort auf die Operation war heikel aber vielleicht ihr bringt die Welt aus den Fugen was macht ihr euch an Städte runtergehen zu lassen schafft ihn hier raus das macht mich jetzt irgendwie ein bisschen sauer Liem ist ein Narr wenn er glaubt ich Belize ist dabei Achilles ist nicht zu trauen er darf den Vorläufer Tempel nie finden mir egal ob er Mentor oder seine Familie tot ist für diesen Wahnsinn gibt es keine Entschuldigung ich bin